Tauwetter in den deutsch-türkischen Beziehungen Die letzten Gespräche zwischen der Türkei und Deutschland bezeichnet der türkische Präsident Erdogan als gut. Erdogan sieht eine Verbesserung der Beziehung zu Deutschland. Quelle Hasenetri DAP slash deutsche Presseagentur der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sieht eine Verbesserung in den deutsch-türkischen Beziehungen. Es gab Probleme, aber unsere letzten Gespräche waren überaus gut, sagte Erdogan nach Angaben der türkischen Zeitung Hürriyet. Auch das Verhältnis zu anderen europäischen Staaten bewertete Erdogan als gut. Wir haben weder ein Problem mit Deutschland noch mit Holland noch mit Belgien, sagte Erdogan. Eine Reise nach Deutschland oder Holland schloss er nicht aus.